Hallihöllchen und willkommen zurück ihr Lieben. So, wir sind jetzt schon bei diesem Eidolchen angekommen. Der Lieben Brünnhild. So sieht sie hier aus, so bewegt sie sich auch, je nachdem was man sagt. Hat sie auch andere Bewegungen. Aber wir gehen jetzt erstmal auf Verbindung. So verbindet sich die Lieben Brünnhild auf ihrer normalen Sternenlevel 1er Form. So, wollen wir jetzt weiter gucken, was haben wir hier noch? Still ändern. Wir haben hier Sternengewand. Da ändert sich halt nicht viel, außer dass mir Brünnhild auf meinem Tisch rumschwebt. Und wie gesagt, ein bisschen funkelt und glitzert. Wie gesagt, hier tut sich ja sowieso. So, aber jetzt zu ihrer Sternenlevel 3er Form. Da ändert sich ne ganze Menge. Das ist die absolute Lieblingsform der meisten Spieler von ihr. Und auch ihre Verbindung hat sich verändert. So, aber wir sind auch hier für die Geschichte. Brünnhild, die stolze Valkyre, hat eine Seele aus Stahl. Sie verachtet all jene, die nicht hart an der Verwirklichung ihrer Ziele arbeiten. Die anderen belohnt sie mit ihrem Kuss. Brünnhilds Spezialität sind Konterangriffe. Ahnt sie einen feindlichen Angriff, schlägt sie blitzschnell zurück. Und mit ihrem ewigen Seelenführer kann sie die Attacken der Gegner einfach auf sie zurückwerfen. So, das war's zum Thema Brünnhild. Tschau tschauiii.